ja auf jeden fall herzlich willkommen zum let's play the forest in multiplayer projekt ja halli hallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zu the forest auch keine schildkröten doch ich habe eine gesehen ganz viel so ich gucke mal nach fleisch ja ein stück fleisch haben wir hier nur noch zu liegen das heißt wir müssen immer gucken dass wir ja ich habe hier gerade drei schildkröten mache ich gerade platt so trinken ja da ist noch ein bisschen drin das reicht noch ich habe gar nicht mitgekriegt dass es gerechnet hat habe ich den schildkrötenpanzer habe ich nicht dann muss ich mir da mal einholen ja hier liegen genug ja ich sehe gerade dann baue ich nämlich noch eine zweite tränke also hier für trinkwasser genau so schön ich muss mal direkt auch baue ich andere seite hin oder ja die baue ich hier so wo war denn das wo war denn das denke jetzt eine weitere mauer wäre jetzt gut ja da müssen wir gleich mal gucken so stöcker brauche ich kleinere stöcker lagerung freies bauen eigene wand warum finde ich denn jetzt hier keine kleinen stöcker was ist denn hier los oh was ist denn das für ein geräusch da pocht irgendwas bei dir braucht ja so ja das hört sich voll komisch an als sind irgendwas weiß ich nicht als wenn du mit dem stuhl wippen würde so ungefähr hört sich das an okay unheimlich das ist ja ein ding das spiel ist unheimlich so jetzt kann ich auf jeden fall schon mal die zweite tränke zu ende bauen hier wunderbar die ist fertig dann muss ich vorne noch beim mainz hauen ein paar steine legen habe ich gerade gesehen ja ich mache hier gerade die eine mauer schon mal fertig müssen wir so gehen so perfekt und eine tasche für steine werde ich gleich mal gucken dass ich mit dir auch noch baue so okay das hat nicht funktioniert so weit macht er nicht ist nämlich echt doof mit fünf steinen hier immer rumlaufen das hört sich so an als wenn du mit dem finger auf die tischplatte klopft direkt neben dem mikrofon ach so ja das kann sein auch noch ein stock das hat ja funktioniert so und da habe ich mal fertig wie sieht es andere seite aus da ist aber auch fertig da brauche noch steine steine nein da kommt zwei mann kriste die alleine hin ja ich bin jetzt erstmal geflüchtet da damit die wieder abhauen so ich habe eine mauer gezogen ja sehr schön so jetzt gucke ich mal unser survival buch wo ist denn das hier drin wie man die tasche mit den steinen baut ne deine maus ist das nicht das ist irgendwas anderes auch keine ahnung ach immer wieder was neues schon wieder eine spinne finde ich hier nicht oder ich bin zu doof ich will es nicht aber ich war dann das normalen hasenfell genau ich brauche hasenfell ja habe ich eigentlich was in der falle da kannst du eigentlich mal gucken ja ich gehe mal ich gehe mal gucken oder wir ich wollte jetzt keinen befehl erteilen so war das jetzt nicht alles gut die war ja hier hier oben war die irgendwo oder ich bin blind schade dass sie nicht gekennzeichnet werden die fallen dass wir das stimmt weißt du noch wo ungefähr die stand ich hab's gefunden hast du schon das ist aber leer ist ja merkwürdig normalerweise geht das viel schneller nämlich wundert das aber auch eigentlich dass man da keinen köder reinlegen muss oder so muss man nicht aber die steine die tauchen relativ schnell immer wieder auf naja die sind innerhalb von zwei minuten oder eine minute sind die wieder direkt gespawnt bloß woanders halt das geht eigentlich schnell aber du brauchst ja auch viele viele steine hier halt wenn wir jetzt alle mauern auf steine bauen würden dann brauchen wir echt nicht viele so die mauer ist fertig da habe ich jetzt auch noch mal so ein bisschen den schutz drum gebaut das heißt dort sind wir schon mal ja nicht direkt sicher aber ja so ein bisschen ja relativ ja bei der ein da wo das so ein bisschen komisch ist da habe ich ja die falle vor genau jetzt bin ich ja hier da hinten bei der ganz langen dran ach hier brauchst du gerade naja ich sehe ja erst mal die erste lage und dann hatte ich wahrscheinlich vor ich weiß jetzt hätten wir jetzt ein tor das jetzt vor der vorher dahin bauen müssen ja du kannst das jetzt wenn ich herangehe ist mit c weg machen ach so ja gut wenn du willst kannst du da ein tor ruhig hin machen wollen wir ein großes tor machen können wir machen sollten wir glaube ich auch nämlich einmal hier die lage weg ich meine baum schlitten den habe ich eh draußen stehen genau davor aber könnten wir ruhig mal ein großes hin machen ja dann würde ich auch sagen dass wir jetzt ein großes bauen und ich denke mal eine zweite lage sowieso und vielleicht auch mehr auch vielleicht mal fallen davor oder so was ich habe keine ahnung gucken einfach wenn wir dann mit der basis fertig sind können wir gerne mal ein abstecher machen ja genau gucken mal dass wir feil und bohrung uns herstellen diese komischen lager von denen da erkunden in eine höhle rein oder so genau so fange ich mal hier an bis weit warum komme ich nicht weiter auch so müsste passen tipp mal auf deine tastatur ja das ist deine tastatur die so ein komisches geroll die macht immer die ganze zeit so ein dumpfes pochendes geräusch ok ja es ist echt okay weil letztens hatte ich das nämlich nicht in der aufnahmen durch 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 das ist ja ein ding ich muss pause machen so dann baue ich hier mal ein tor rein halt wo bin ich denn jetzt hier ach so dass es ein einzelnes nicht wirklich einzeln dass ich will wenn denn zwei bitte haben geht das nicht warum geht das denn jetzt nicht hast du das mikro vielleicht zu nah an der tastatur ja das ist ich habe das müssen umgestellt ja ja dann dann liegt das wahrscheinlich daran ist das so doll es ist ein bisschen was soll ich jetzt sagen es ist ein ein bisschen störend weil es die ganze zeit immer direkt so in den ohren geht dieses dumm verpochen so jetzt besser ja jetzt ist es ist zwar jetzt immer noch da aber es ist wesentlich angenehmer das mikrofon noch ein bisschen beiseite hier so ja so ist auf jeden fall angenehm sehr schön ich habe muss ja echt sagen ich habe keine probleme ne es sagt nicht ja manchmal ich glaube man steckt nicht drinnen ne vielleicht sollte ich dann einfach mal wenn ich das spiel beginne neu starten vorher wo ich muss es ja sowieso sonst nimmt ja bei mir nicht auf lustigerweise aber das hat was mit meinem aufnahmeprogramm zu tun ich muss den pc sowieso mal platt machen aber ich habe da keinen bock zu weil dann brauche ich nämlich wahrscheinlich zwei tage für was da alles drauf ist ja ich hau das immer auf die festplatte ich habe falsch gebaut und doch nicht doch nicht oder merkwürdig habe ich nicht hoffe ich jetzt mal nicht die haben glaube ich auch die tore hier ein bisschen geändert okay so ich muss mal ein bisschen holz hacken hier oder liegt hier noch irgendwas pack mal wieder ein paar steine da rein die von da nehmen können wo feuere ich denn das jetzt hin da lang zack meins so da läuft ein kannibale der haut aber ab der holt jetzt seine freunde na das hoffe ich jetzt mal nicht nö der ist weg hoffe ich mal so tor geht auf ja bombe tor geht zu es war auch nur ein kleines tor jetzt wird schon hinhauen mal gucken ob wir mit dem schlitten dadurch kommen also den schlitten habe ich draußen gepackt den siehst du ja schon bist ja schon da ja ja ich glaube das sieht gut aus ja ich glaube auch müsste eigentlich passen stein 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 sollen wir gleich mal so gucken dass wir mal so ein bogen oder sowas fertig kriegen ja klar ich kann ja mal gucken ich muss gleich mal ich glaube das war ein stock und ein seil ich habe gar keinen soll also ein stock ein seil und ein stoff das ist der bogen ok stock und stoff habe ich aber ich habe kein seil meins ist es wahrscheinlich wieder auf dem boot genau auf dem boot ok dann schwimme ich mal rüber mach das ach die sonne scheint alles schön ja ne hoffentlich kriegt keinen sonnenbrand das ist mir leider ausgegangen hoffentlich fliege ich jetzt nicht raus ich gehe erst mal hier unten speichern ja mach das vor ich nachher rausfliege so dem spiel traue ich alles zu das stimmt das ist gefährlich was wollte ich sagen für was brauchen wir eigentlich diese sauerstoffflaschen ja du kriegst im verlauf das spiel musst du halt suchen noch eine maske dann kannst du nämlich tauchen gehen cool was haben wir davon ja bei einigen höhlen müssen wir tauchen da kommen wir nicht anders weiter dann aber wo die maske ist müssen wir halt mal suchen also ist das auch immer überall an woanders diese masse diese masken und den topf oder wie ja das ist immer je nach update auch also zum beispiel mit den katana das lag damals ganz woanders als jetzt liegt also ich hoffe mal dass es jetzt aber da liegt aber jetzt kann mal wieder ein update raus da wo ja deutsch patch drin war hoffe ich mal dass es trotzdem noch da liegt wo ich es sonst immer gefunden habe so ich habe jetzt seil stock und tuch und kann jetzt handgemachten bogen machen richtig schön so und pfeile kannst du machen mit einem stock und ich glaube 24 muss jetzt was so ich glaube fünf federn mit stock und fünf federn ja okay glaube ich da kriegst du fünf pfeile kann man was das braucht man in auch schon noch mal um die axt die axt ja dann nimmst du die axt in der mitte halt auf deiner decke zum kombinieren und da kannst du einmal halt zahn rein machen und im baumharz und dann kannst du dadurch mit den zähnen kannst du sie stärker machen und mit den federn kannst du sie schneller machen ok ich mache das auch gerade mal hier ein paar zähne ran hast du zähne ja gut habe ich aber irgendwie funktioniert das bei mir nicht so kombiniere 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 aber ich habe nicht genug kann das sein das zahnrädchen rädchen muss voll sein ne ja ja klar das muss ah mit blättern noch dazu ne das passt nicht was möchtest du machen äh die axt ich habe jetzt hier nur zähne und die axt und baumharz brauchst du ach ja baumharz ach siehste genau ich bin so dumm das ist ja nicht schlimm ah ok wo findet man den baumharz sind bestimmt bestimmte bäume ne ähm baumharz genau wenn du bäume hacken tust dann kriegst du ab und zu mal baumharz und ähm es gibt auch mit dem topf wenn wir jetzt noch einen zweiten topf finden dann kannst du den mit seil glaube ich kombinieren und dann kannst du den an den baum hängen dann kriegst du da auch nochmal baumharz ja genau so ein ding kann man kann man bauen so ein baumharz sammler das habe ich vorhin schon gesehen genau so so ich mach mal die steine weiter so Steine, Steine, Steine. Ja. Alter, dass wir noch nichts in der Falle haben, ey. Ja, vielleicht laufen da keine Hasen rum. Allgemein sehe ich jetzt hier gerade echt sehr wenig Tiere, also ich habe jetzt noch keinen Lurch hier gesehen, keine Hasen. Ja, stimmt. Da sollten wir vielleicht Pfeilen irgendwo aufstellen, wo wir das sehen, also wo häufig auch der Verkehr der Tiere sind. Ja. So. Ja, ich habe Hunger. Ich muss mal schnell was essen. Oh, ich habe gar nichts mehr zu essen. Da ist ja ein Ding. Okay, dann muss ich mir erstmal eine Schildkröte holen hier. Ja, ich würde dir ja was geben, aber ich bin gerade hier voll im... Ja, alles gut. ...Stress. Da kommt ja gerade eine angewatschelt. Oh Gott, wo? Oh. Also eine Schildkröte, ne? Ach so. Oh. 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 Diese Doppelbelegung macht mich fertig, ne? Oh. So. Das haue ich mal direkt aufs Feuer hier. Oh. Oh, hier ist noch einer. Oh, da fehlt noch einer. Das Turm, muss man das selber zumachen, oder? Ja. Oh. Wie macht man das denn zu? Einfach dagegen, ne? Mit E. Also, ja, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist. Hm. Ich kann es überhaupt nicht zu machen. Ne? Ne. 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 Ich komme mal, warte. Ich mache noch was. Ah doch, jetzt. Ah, es geht, es geht. Ich habe es. Geht? Gut. Ja. So. Feuer anheizen hier. Ich haue mal zwei Stücke Fleisch drauf hier. Ja. Dankeschön. Das ist perfekt. Die anderen Beine hänge ich hier wieder direkt an. Ja, jetzt wird es auch langsam wieder dunkel. Ja. Okay. So. Ach, die wird doch, wird doch. Ich bin satt. Boah, diese kleinen Steine, ne? Oh. Die sind lästig, ne? Oh, ich kriege so Wut. Hab ich sie erwischt. So. Gut. Oh, papa. genau ja meinetwegen können wir schlafen gehen gut so gespeichert ist auch was nicht gelöscht ja wunderschönen morgen weiter geht's mit der arbeit ja ich besorge uns erstmal ein rasenmäher wäre auch nicht schlecht keine schildkröten zu sehen die haben keinen bock mehr die haben schon von uns gehört ja ja ich glaube auch gut dann machen wir erstmal die mauer da weiter ich glaube ich gehe gleich mal versuchen ich muss ja kleine stöcker und federn hast du ja gesagt genau die habe ich gar nicht mehr federn aloe vera aber ich habe schon so viele vögel getötet ne weil ich habe kein ich habe keine federn gekriegt genau die sind auf dem rucksack auf dem rucksack medizin schnell auswahl also direkt über diesen foto da hast du nicht okay vogel genau schnapp dir mal ein vogel ich kriege immer nur fleisch und den kopf von dem vogel du musst guck mal hier fliegen die federn siehst du die hier zum beispiel hier ist eine fehler da musst du e drücken und die einsammeln ah jetzt habe ich das genau also die die kommen nicht automatisch wenn man den vogel getötet hast musst du die halt selber auch einsammeln die fliegen denn hier so rum ach so ok gut gut zu wissen danke ja kein problem ja wir sollten echt mal gucken was der hasenfell hier kriegen ich ich gehe mal hier hoch ein bisschen passieren ob hier irgendwo hasen zu sehen sind aber vielleicht noch eine zweite falle aufbauen aber das problem ist ja desto tiefer man die rein baut desto unwahrscheinlich ist ja dass man die wieder findet das ist doch das stimmt oder man müsste irgendetwas daneben machen dass man das auf jeden fall wieder findet ja so ein markierstock bogen habe ich ja auf jeden fall das ist schon mal gut der axt fehlt noch was ich muss auch mal gleich mal gucken ob man da noch alles machen kann blau bärne okay hier ist ein lohrig ich in hole ich mir mal direkt dass man mit einem seil der bogen baut ist mir auch ziemlich neu habe ich jetzt echt mit einer sehne gerechnet muss ich ganz ehrlich sagen ja ein seil wahrscheinlich war damit man wenn man da noch schwerer dran kommt wenn man jetzt nicht wüsste dass das auf dem boot ist ja durchaus soll die mauer müssen wir auf jeden fall noch eine drüber ziehen ja und weh die macht mir einer kaputt da kam mir doch glatt einer zugange hier eine quere ich habe ein bisschen durch fleisch besorgt hier was kriegst du noch aus dem durch wahrscheinlich nichts nach dem doch das feld noch so viele steine ich gehe kaputt 78 habe ich mich erschrocken da oben sitzen sie direkt wo die falle ist ja habe ich mich erschrocken meine güte da ist noch einer der kommt direkt auf dich zu aber sie kommen auf jeden fall nicht da an der falle vorbei das ist schon mal praktisch das scheint dann zu funktionieren die netten nachbarn okay dann baue ich da schon mal eine zweite mauer schicht hoch da kommen sie auf jeden fall rüber aber mit leichtigkeit ne ich denke wir sollten da auch fallen vorbauen ja auf jeden fall und wenn die jetzt was kaputt machen das einreißen sondern wir können das einfach mit dem hammer reparieren wir müssen das jetzt nicht komplett neu bauen oder ja wenn sie es nur beschädigen dann können wir es mit dem hammer machen aber wenn wir können das auch komplett kaputt machen boah weh ja weh dann lernen die mich aber kennen komm her piepmatz scheißvogel das ist total doof dass wir nur fünf steine nehmen können ja wenn sie sonst keinen spaß haben zack komm aufs feuer ach ich sollte mal was essen aber da tut gerade was auf dem feuer grillen kann ich jetzt nicht essen ich möchte ja nicht zum kannibalen werden so die schicht habe ich gleich boah dass du das hier alles um ändern mein gott also es ist ein controller ich glaube ich spiele das nächste mal auch mit tastatur ja das ist einfacher ja es ist echt stören ja weil alles doppelt belegt ist wirklich ich willst du willst du die axt ausrüsten machst du das feuerzeug automatisch mit an ja das ist doof so vogel federn 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 da 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 jetzt habe ich schon wieder einen stein in der hand ich federn 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 die ist jetzt im wasser gefahren da gehe ich jetzt nicht hin das ist ja wir Vielen Dank.